Guten Morgen Spaß Freunde, heute habe ich was ganz Neues für euch mitgebracht. Alles noch in den Kisten, heiß verpackt. Wir öffnen das jetzt einfach mal gemeinsam. Ihr seht Essigs Laufschuhe. Wow! Einmal das Limbus Damenmodell, der Neutralschuh, der schlechthin, überhaupt der beste Laufschuh schlechthin ist, als Damenmodell und gleichzeitig auch als Herrenmodell. Viele von euch laufen den Schuh schon. Einer der besten Neutralschuh, die es gibt, mit der Gelddämpfung Vorfuß, Gelddämpfung in der Ferse und diese Thrust Brücke. Den bieten wir momentan zum Aktionspreis anstelle 180 haben wir einen Hauspreis von 155 für unsere Neutralschuh. Dadurch, dass wir natürlich auch sehr weit gestreut sind, haben wir auch was anderes. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, weil da haben wir natürlich auch was, weil nicht jeder ist ein Neutralschuhläufer. Es gibt auch sogenannte Pronationsläufer, das heißt Läufer, die mit dem Fuß etwas nach innen knicken. Da haben wir natürlich auch die Alternative, Schwuppdiwupp, Kayano Damen und der Kayano Herrenschuh. Ihr seht, den haben wir natürlich einer herren, gigantisch guten Farbe finde ich. Das Pink kombiniert mit dem Grau ist natürlich eine sensationell gute Farbe. Hat im Gegensatz zu dem Limbus eine sogenannte Pronationsstütze, damit ihr vom Laufen nicht nach innen kippt. Konditionen identisch gleich, anstelle 180 haben wir einen Hauspreis bis 155. Kommt vorbei, probiert die Schuhe. Ich kann hier euch genau zeigen, welche Schule richtig hier für euch ist. Ich freue mich auf euren Besuch. Ciao! 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 Ciao!